So, jetzt sind wir quasi zu Hause, kann man sagen. Nämlich am Stand von SAM. Wir produzieren ja heute die ganzen Messevideos schnell und laden sie auch direkt hoch. Bei mir ist Frank Stolp, du bist Geschäftsführer von SAM. Frank, erzähl doch mal, wie funktioniert das überhaupt, dass man das so schnell produzieren und auch schon ins Netz stellen kann. Ja, wir wundern uns eigentlich auch, dass das so gut klappt. Also wir schneiden ungefähr 20 Videos heute über den Tag. Die haben alle so zwei bis drei Minuten Länge. Das macht der Jan hier. Wir sehen hier den digitalen Schnittplatz auf der Messe direkt. Und wir machen das auch jetzt schon zum zigsten Mal. Zusammen sind wir regelmäßig auf der Musikmesse in Frankfurt, auf der IFA in Berlin drehen wir auch solche Podcast-Videos. Und da werden innerhalb von zwei, drei Tagen so an die 50 Videos geschnitten. In Englisch, in Deutsch, auf der IFA sogar in Französisch, Italienisch, zuletzt auch in Schwedisch. Also macht riesig Spaß, solche Videos im Prinzip direkt fertig zu bekommen und das Ergebnis sofort online auf YouTube zu stellen. Das ist ja eben ganz elementar an dem ganzen Verfahren, dass man das wirklich produziert und innerhalb weniger Stunden online stellt. Warum ist das so wichtig? Also was hat der User zu Hause davon? Also er muss nicht unbedingt mehr direkt zur Messe kommen, obwohl hier sind ja Gott sei Dank auch viele Besucher. Aber wer verhindert ist, der kann sich die Produkte, die hier gezeigt werden, natürlich auch online anschauen. Und für die Leute, die die Stände haben, ist das natürlich auch eine tolle Referenz. Sie können die Videos nachträglich auf ihre Website bauen und haben da einfach noch einen aktuellen Bezug zur Messe, der für die nächsten Wochen auf jeden Fall, denke ich, gut auszunutzen oder zu nutzen ist. Und jetzt, ja, Halbzeit ist noch nicht ganz erreicht, aber wir haben schon einige Videos produziert. Wie läuft es bislang? Also bist du zufrieden mit dem bisherigen Ablauf? Ja, alle Teams sind gut dabei. Die Kamera arbeitet, der Schnitt arbeitet. Wir haben unseren eigenen kleinen Messestand. Wenn wir da nochmal hinschauen, wir präsentieren ja auch unseren Copter, ein neues Fluggerät. Und ja, es ist unsere erste Messepräsentation als SRM. Ich bin hochzufrieden. Läuft alles bestens. Das ist ein wunderbares Abschlussstatement. Dann bedanke ich mich und ich würde sagen, wir gehen weiter in die Arbeit. So machen wir es.